Herzlich willkommen, gute Freunde, Investor und Newcomer. Was geht denn ab, Leute? Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Start an diesen Tag. Genau so wie dieser Kryptomarkt und genau so wie diese Woche, die sonnig anfängt, ist der Kryptomarkt auch mit 4,4% angestiegen, wenn es um die gesamte Marktkapitalisierung geht. Wir haben die 1,1 Billioner Marke gehalten und sind jetzt auf die 1,13 Billioner Marke hochgegangen. Schauen wir uns mal an, Bitcoin auf der 24.000er Marke, wie ihr sehen könnt. Ethereum hat die 1.700er Marke nach oben geknackt. Wir müssen jetzt aufpassen und schauen, wie lange sich das hält, wie nachhaltig das ist. Die Zeichen, die ich gerade sehe, sind sehr, sehr negativ, Leute. Warum? Wir dürfen uns nicht beirren lassen, nur weil der Kurs ein bisschen hochgegangen ist. Ich weiß, es sieht schön aus. Ich möchte jetzt nicht der sein, der euch die ganze Laune verdirbt. Aber passt bitte auf. Warum? Das gucken wir uns jetzt mal an, anhand der News. Wir haben einige Informationen für euch, die eventuell darauf hinweisen, dass die Lage gar nicht so toll aussieht, wie die Zahlen uns hier sagen. Der Senat hat jetzt beschlossen, fast wieder 1 Billion, also 739 Milliarden an einem Gesundheits- und Klimawandel-Bill rauszuhauen. Wir heben den Leitzins. Wir beginnen mit Quantitative Tightening. Und jetzt finden wir einen anderen Weg, um einfach mal fast wieder eine Billion in den Markt zu schütten. Leute, das kann kurzfristig sich positiv auswirken. Es kann, wenn das Geld wieder investiert wird, in den Markt kommt, dem Markt ein kleines bisschen beleben. Aber nur kurzfristig. Lange wird das nicht halten. Lange wird das nicht halten. Versteht ihr jetzt diesen Wahnsinn, diesen Wahnsinn des Schwachsinns, der da gerade passiert? Das hier ist gar kein gutes Zeichen, wenn einer der Big Nine anfängt, weniger Jobs anzubieten. Beziehungsweise wo die Jobs zurückgehen letztendlich, wo es zu Kündigungen kommt. Schaut euch das mal an. Das ist die Amazon. Layoff reached Amazon after years of unabashed growth. Letztes Jahr waren wir hier noch bei 1,6 Millionen Arbeitsplätze. Heute, beziehungsweise fast ein Jahr später, fast 100.000 Arbeitsplätze weniger. Auch bei Amazon merkt man, dass es langsam zurückgeht. Und das sind überhaupt keine guten Zeichen. Und das sind Warnzeichen, die wir gerade sehen. Schaut euch das mal an. Das ist das vierte Mal, dass wir so ein Signal haben. Das war hier die Weltwirtschaftskrise um die 1930er Jahre, also zwischen 1920 und 1930. Wir haben hier eine 76-prozentige Korrektur nach unten gehabt. Das hat ungefähr 8.860 Tage gedauert, bis wir eine Erholung gesehen haben auf dem Markt. Haben dann die nächste Rallye gehabt. Und hier wieder die nächste Krise. Und das waren 64% nach unten. Darauf folgend haben wir 7.914 Tage gebraucht, um uns zu erholen. Und jetzt sind wir aktuell hier. Was ist passiert? Was ist hier passiert? Schaut euch das an. Wir haben einen Knick gehabt. Das war die Corona-Phase. Eine 64-prozentige Korrektur, wie auch hier beim letzten Mal. Was ist passiert? Wir haben 4.353 Tage gebraucht, um die Erholung hier zu sehen, weil der parabolische Anstieg einfach viel früher angefangen hat. Jetzt haben wir diese Trendlinie einfach gebrochen, so wie wir es auch hier und dort getan haben. Hier und dort. Und was passiert jetzt? Was wird wohl jetzt kommen? Feeling lucky. Man meint, ja, fühlt ihr euch jetzt glücklich? Glaubt ihr, das geht wirklich so weiter? Und ich habe euch auch diese Überlappungen zwischen den 2008er Breaking Structure beim S&P 500 mit dem heutigen gezeigt und sie stimmen wirklich komplett überein. Aufpassen, Leute. Aufpassen. Wir müssen die Augen aufhalten. Und das stimmt nochmal richtig, richtig negativ. Hier wird gesagt, sell everything, verkauft alles. Hedgefond-Manager sind bearish eingestellt. Und warum sind sie bearish eingestellt? Weil sie auf einem fallenden Kurs bei den Stocks und bei den Bonds wetten. Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Die wetten gegen den Markt gerade. Also Hedgefond-Manager wetten mit Millionen bis Milliarden Höhen gegen den Markt. Und das ist oft, oft ein Zeichen dafür, dass sie halt erwarten, dass der Markt fällt. Sonst würden sie da genau das nicht tun. Während wir hier sitzen und denken, ja, es geht alles nach oben, machen diese Blutfresser im Hintergrund so etwas. Also alles scheint so auszusehen, als ob gegen den Markt gewettet wird. Das ist ja auch kein positives Zeichen. Schaut euch das mal an. Larry Fink, der BlackRock CEO, der hat vor Corona, kurz bevor Corona eingeschlagen hat, dicke Aktienanteile verkauft. Und was hat er jetzt gemacht? Am 3.8. vor einigen Tagen hat er wieder angefangen, Aktienanteile im Wert von 30,5 Millionen US-Dollar zu verkaufen. Was wusste Larry Fink vor Corona, was wir nicht wussten, dass er seine Aktien bzw. seine Gelder gesichert hat und wahrscheinlich auch Runden wieder eingekauft hat? Und was weiß er jetzt, was wir nicht wissen? Darum aufpassen, Leute. Aufpassen. Die Elite weiß, was sie tut und vor allem weiß Larry Fink, der BlackRock CEO, der genau an der Quelle sitzt, was er da tut. Und ich habe eine Statistik auch gesehen, eine Analyse gesehen gehabt, wo gesagt wird, ja, XRP's Bottom ist jetzt erreicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe es euch schon einmal präsentiert gehabt. Wenn man sich XRP anguckt, vor dem 2017er Bullrun, wann immer wir uns unterhalb dieser Linie hier befunden haben, haben wir Tiefpunkte gebildet. Und wann immer wir uns darüber befunden haben, wie wir sehen können, waren wir in einem Bullrun und das Ganze etwas längerfristig, bis wir den Bereich wieder gebrochen hatten, diese Linie nach unten. Und hier in einem Bärenmarkt Tiefpunkte erreicht haben. Und dann haben wir halt diese Phase gehabt, wo wir einen neuen Run gestartet haben, zwar keinen neuen All-Time-High. Und jetzt erst, jetzt erst, seit Februar 2021, haben wir jetzt erst in dieser Phase angefangen, diese Linie hier anzutesten. Also wonach sieht es aus, wenn man ganz simpel hier auf diese Betrachtung hier eingeht? Wird, dass auf einmal nach so einer Rallye noch so eine Rallye kommt oder dass wir hier sowas sehen werden? 1, 2, 1, 2 und ist das hier nicht wahrscheinlicher, dass hier wieder sowas passieren könnte, statt dass wir nach oben gehen? Das wird jedem selber überlassen. Ich werde einfach hierzu jetzt erstmal nichts sagen. Gucken wir uns mal an, was Bitcoin hier macht. Alex Jorastani ist schon darauf eingegangen, der hat hier so einen Parallel-Channel reingezeichnet gehabt und gesagt, ja, das sieht für viele sehr, sehr bullish aus. Warum? Weil man sagt, wir haben Higher Highs und Higher Lows. Und das stimmt die meisten positiv. Ich werde mal hier einen Regression-Channel reinzeichnen. Mit den Hochs und den Tiefs. Und dann gucken wir uns das Ganze noch einmal an. Ich habe ja auch schon gesagt gehabt, das sieht ja auch aus wie ein Bearish-Flag. Und darauf ist Alex Jorastani jetzt nicht eingegangen. Der hat mehr beschrieben, dass wir an Wahrscheinlichkeiten, durch Wahrscheinlichkeiten ausgehen müssen, ob das nach unten oder nach oben geht und beides erwarten müssen. Wir dürfen nicht denken, ach, dieser Chart zeigt uns jetzt, ja, das geht jetzt hoch, weil wir hier, wie wir sehen können, Higher Highs haben und immer wieder Higher Lows. Das heißt, wir haben höhere Tiefs und wir haben höhere Hochs. Und da fühlen sich jetzt sehr, sehr viele bestätigt und sagen, ja, das ist ein eindeutiges Zeichen darauf, dass wir nach oben gehen. Auf der anderen Seite sieht das hier aber auch aus wie ein Bearish-Flag. Also wie eine Flagge, die nach unten geht. Schaut euch das mal an. Boom, pang. Das wäre dann die Bearish-Flag. Und wenn man von dieser Theorie aus ausgeht, was eine Bearish-Flag uns bringen kann, dann kann das sein, dass wir eine Korrektur sehen könnten, wie der Flagpole uns hier zeigt, von hier nach dort. Es gibt verschiedene Varianten. Einige setzen den hier an, an der Spitze und sagen, ja, wenn wir dort unterbrechen, in welche Richtung kann das dann gehen? Wenn, schaut mal, dann kann das direkt in unseren zweiten Target gehen. Genau an der Spitze bei der 14.000er Marke. Es gibt auch Ansätze, wo man den auf die untere Trendlinie setzt. Wo wären wir da? Wir würden da genau bei der 12.000er Marke landen. Genau hier ungefähr in der Mitte. Also, wenn man sich die wirtschaftliche Lage anguckt, sieht das eher danach aus, als ob wir nach unten oder nach oben gehen würden. Ich bin da eher jetzt negativ eingestellt. Positiv kann natürlich kommen, dass wir eine Rallye sehen nach oben. Worauf müsste man da achten? Wenn man auf eine Rallye nach oben achtet, dann bin ich der Meinung, dass wir hier in diese Bereiche kommen können, auf die 28.000er Marke. Das wäre auch hier um den Golden Ratio herum. Erstmal müssen wir aber eine Bestätigung hierin finden, dass wir diese obere Linie hier einmal knacken. Wenn wir auf diese Linie kommen, werden wir eine Rejection sehen? Werden wir hier wieder eine Rejection sehen? Und das könnte eventuell zu einer stärkeren Korreaktur führen? Oder werden wir diesen Bereich brechen und weiter nach oben gehen? Das wäre natürlich ein besseres Zeichen dafür, dass wir in Richtung Rallye gehen. Aber auch hier, schaut euch doch mal an, welcher Bereich wäre das? Das wäre dieser Bereich um diese 25.000er Marke herum, diesen Tiefpunkt, den wir gebildet haben. Also letztendlich müssten wir diesen Bereich, diese obere Trendlinie brechen. Und das wäre auch der Bereich, wo wir hier bei der 25.000er Marke sind, wo wir hier Resistance wahrscheinlich sehen werden und schauen, brechen wir dadurch oder nicht. Das ist das nächste Zeichen, worauf man achten muss. Nichtsdestotrotz bin ich langfristig eher bearish gestimmt als bullish. Das Ganze zeigt uns hier auch die gesamte Marktkapitalisierung. Wenn wir uns das einmal angucken, wir haben eine Kreuzung hier wieder gehabt, durch diese Langzeittrendlinie, durch diesen Channel. Bewegen wir uns jetzt eindeutig weiter nach oben, aber wie ihr sehen könnt, haben wir auch hier öfter Ausreißer gehabt. Schauen wir uns einmal kurz an, wo wir uns Fibonacci-technisch hier aufhalten. Gucken wir uns das mal an. Das sind nämlich auch interessante Bereiche, auf die wir zugehen. Der nächste Bereich wäre hier, der Golden Ratio auch. Und das ist das Interessante an dieser ganzen Geschichte. Wir haben hier jetzt schon das gemacht in der gesamten Marktkapitalisierung, was wir gerne bei Bitcoin sehen wollen. Das heißt, dieser Durchbruch durch diesen Bereich hier. Ich habe euch gerade gezeigt gehabt, dieser untere Bereich bei Bitcoin, wo wir hier bei der 25.000er Marke waren. Das haben wir hier schon gemacht. Bei der gesamten Marktkapitalisierung haben wir hier schon diesen Bereich gebrochen. Das heißt, das gerne wollen wir bei Bitcoin sehen. Wenn das bei Bitcoin kommt, können wir erwarten, dass wir nochmal eine Stufe höher gehen. Und hier wäre das auch, dass wir hier in diese Bereiche gehen. Und zufällig ist es auch genau der Golden Ratio. Ganz, ganz zufällig. Dass man hier erstmal hochgehen kann, dass wir auf die 1,2 Billioner Marke in der Marktkapitalisierung gehen. Und von hier aus schauen, was dann passiert. Also das, was die gesamte Marktkapitalisierung macht, wollen wir gerne bei Bitcoin sehen, dass wir erstmal in diesem Bereich hier durchbrechen. Und wie gesagt, dieser Bereich wäre bei Bitcoin jetzt diese 25.000er Marke hier. Dieser hier. Wenn der erstmal nach oben bricht, dann kann es auf die 28.000er Marke gehen. Und letztendlich, wie ich euch schon öfter gezeigt habe, hier in dieser Range zwischen der 32.000 und der 28.000, glaube ich, ab da an werden wir eine dicke, dicke Korrektur gehen, wenn wir jetzt erstmal kurzfristig bullish eingestellt werden. Okay, schauen wir uns mal an, in der Hinsicht, was das Ganze natürlich stark beeinflussen kann. Der US-Dollar-Index, der scheint heute etwas rot zu sein, ist aber auch nicht sehr stark gesunken, nachdem er Freitag eine so starke Bewegung hier noch umgemacht hat. Gute ich mal diesen grünen Candlestick hier an. Was hat er hier gemacht? Auf einmal aus dem Nix wie der Phönix aus der Asche. Gucken wir mal. Der Nikkei geht weiter hoch, wie wir sehen können. Scheint positiv gestimmt zu sein. Der DAX heute ein kleines bisschen im Rot. Und abwarten. Abwarten und sehen, was jetzt der Dow Jones machen wird, wenn er einmal öffnet und der S&P 500. Und mit diesen Worten melde ich mich jetzt erstmal ab und Crypto Heroes out, Leute.